... 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 keinen Kindergottesdienst anbieten. Aber wenn Sie den Eindruck haben, es wäre für Ihr Kind gut, es kriegt mal eine Pause, dann können Sie gerne hier auf der Kanzelseite nach hinten in die Christenlehrekapelle gehen. Gegebenenfalls weist Ihnen unser Küster Ulrich Henze den Weg und können dort mit Ihren Kindern eine Zeit verbringen. Und Ulrich Henze sagt dann auch Bescheid, wenn die Konfirmationshandlung beginnt. Lasst uns nun zu dem beten, in dessen Namen wir versammelt sind. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und uns freuen über ihn. Feste feiern, wie sie fallen. Heute oder morgen einfach so. Jeder Tag ein Geschenk Gottes. Jeder Tag Grund zur Freude. Manchmal versteckt und doch ein Geschenk. Ach, Herr, bring doch die Rettung. Ach, Herr, bring alles zum guten Ende. Feste feiern, wie sie fallen. Gerade wenn alles dagegen spricht. Gerade dann. Manchmal ist das die Rettung zum guten Ende. Gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Vom Haus des Herrn her segnen wir euch. In Gottes Namen. Ja, alles, was du brauchst. Nicht zu wenig und auch nicht zu viel. Segen. Alles Gute von Gott. Gott ist der Herr. Sein Licht soll für uns leuchten. Schmückt den Festzug mit grünen Zweigen bis zu den Hörnern des Altars. Was für ein Fest. Mitten am Tag. Mitten im Jahr. Fülle und Reichtum. Kraft, die niemand für möglich hielt. Du bist mein Gott. Ich danke dir. Mein Gott, ich will dich hoch loben. Hoch gelobt Gott, auf den ich sehe, der meinem Leben Richtung und Ziel gibt. Dankt dem Herrn, denn er ist gut. Für immer bleibt seine Güte bestehen. So leben. Glauben, dass Gott gut ist. Für immer. Amen. Schmiss. Schmiss. und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Allein kommt in der Löse her und dann für seine Gnade. Darum das Tod bildet mehr und rühren kann kein Scheide. Ein Wohlgemein, der Tag uns hat. Du bist uns viel, du wundelast. Aber geht, da tut dein Ende. Dir danken wir für alles, was wir von deiner Güte und Liebe erfahren haben. Sei du bei uns an diesem aufregenden Tag, schenke uns, was wir zum Leben brauchen, Worte, die weiterhelfen, Vertrauen, das mutig macht, Freude und Hoffnung für uns und unsere Welt. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Zusammen erleben, was das Leben ist, lebendig und kräftig und schärfer. Die Welt verändern mit nur einem kleinen Lachen. Endlich bereit sein, den Unterschied zu machen. Lass uns den Alltag, der so richtig ist, entgegenstellen, was uns wichtig ist. Mit frischem Schwung und neuer Energie. So gut gelaunt und engagiert wie nie. Zusammen erleben, was das Leben ist, lebendig und kräftig und schärfer. Und spür, was du nicht alleine wirst, lebendig und kräftig und schärfer. Man fühlt sich oft auf sich allein gestellt. Oft lebt die Kraft, dass man dagegen hält. Zu oft das letzte Wort den anderen überlassen. Zu oft verführt sich nur der Mehrheit anzupassen. Wir wachen auf aus dieser Lethargie und zeigen, dass wir so lebendig sind wie nie. Zusammen erleben, was das Leben ist, lebendig und kräftig und schärfer. Und spüren, dass du nicht alleine wirst, lebendig und kräftig und schärfer. Zusammen erleben, was das Leben ist, lebendig und kräftig und schärfer. Und spüren, dass du nicht alleine wirst, lebendig und kräftig und schärfer. Zusammen erleben, was das Leben ist, lebendig und kräftig und schärfer. Und spüren, dass du nicht alleine wirst, lebendig und kräftig und schärfer. Zusammen erleben, was das Leben ist, lebendig und kräftig und schärfer. Und spüren, dass du nicht alleine wirst, lebendig und kräftig und schärfer. Lebendig und kräftig und schärfer. Lebendig und kräftig und schärfer. Lesung aus dem 5. Buch Mose im 30. Kapitel Das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns in den Himmel fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Wort der Heiligen Schrift Gott sei Dank Die Gnade Jesu Christi Und die Liebe Gottes Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes Sei mit uns allen Amen Lasst uns einen Moment innehalten In Gottes Gegenwart Gott webt dich ein Gott webt dich ein ins Reden und ins Hören Amen Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Eltern und Paten, liebe Gemeinde Mit der eben gehörten Lesung aus dem 5. Buch Mose haben wir einen kleinen Ausflug gemacht in die Geschichte des Volkes Israel In die Zeit, in die Zeit, aus der das Alte oder Erste Testament erzählt, nachdem die Israeliten aus der Sklaverei befreit worden waren, zogen sie mit Mose 40 Jahre durch die Wüste, bevor sie zu dem Land kamen, das ihnen Gott zur Verfügung stellen wollte. So lesen wir es in den vorherigen Kapiteln 40 Jahre, das ist eine lange Zeit Man gewöhnt sich an das Unterwegssein, richtet sich hier und da ein bisschen ein, aber eben immer nur auf Zeit Dann aber kommt der Moment, in dem klar ist, jetzt geht diese Zeit der Wanderschaft zu Ende Etwas Neues steht bevor Und so stehen die Israeliten gewissermaßen wie auf einer Schwelle oder wie bei einer letzten Rast Noch nicht ganz angekommen Aber das Ende dieser Wanderzeit ist absehbar Und das Neue zum Greifen nah In diesen Übergang hinein hält nun Mose, ihr Anführer, eine lange Rede Er bringt in Erinnerung, was sie in diesen 40 Jahren erlebt haben, was sie in dieser Zeit mit Gott erlebt haben Mose erinnert die Israeliten daran, wie Gott sie vor den Verfolgern bewahrt hat Wie Gott sie versorgt hat mit Essen und Trinken, wie er sich ihnen gezeigt hat, damit sie ihren Weg finden Und Mose erinnert daran, wie Gott den Israeliten seine Gebote übergeben hat und eine ganz feste Verbindung mit ihnen einging Mose ruft all diese Erinnerungen, all diese Erinnerungen an diese Erlebnisse auf, damit sie nicht vergessen werden Denn diese Erinnerungen sind wichtig Sie sind gerade dann wichtig, wenn Veränderungen anstehen Wenn etwas Neues anfängt und das Leben so etwas unsicher wird Dann braucht es etwas, was Bestand hat und woran man sich festhalten kann Und einer der wichtigen oder schönsten Sätze, die Mose in seiner langen Rede an diesem Übergang den Israeliten mit auf den Weg gibt Heißt Gottes Wort ist ganz nah bei dir Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen, dass du danach handeln kannst Ob die Israeliten sich gut vorbereitet fühlten für diesen Übergang von der Wanderschaft durch die Wüste hin zu dem Leben in dem verheißenen Land Ihr liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden steht heute gewissermaßen auch an einer Schwelle, an einem Übergang Nun waren der Weg hierher keine 40 Jahre, sondern ungefähr 50 Treffen Mal digital, mal hier in der Kirche Wir mussten auch nicht durch die Wüste wandern Wobei manchmal kam es euch vielleicht ein bisschen wie in der Wüste vor Wenn die Treffen wieder nur digital stattfinden konnten Wenn die Technik nicht richtig funktionierte Oder die Stunde schlicht für euch langweilig war Aber es gab hoffentlich auch manches Nahhafte Erfrischende Wie die Projekttage Oder die Beschäftigung mit der Frage Wie wir uns Gott eigentlich vorstellen können Was das mit dem Beten auf sich hat Und wie ihr euren Glauben Formuliert Und dabei entstanden dann Sätze wie Ich glaube an Jesus Christus Er handelte, um das Gute in der Welt aufblühen zu lassen Und schreckte vor keinem Feind zurück Denn er wusste, Gott steht hinter ihm Oder Ich glaube daran, dass jedem Krieg Frieden folgen wird Denn Gott kann nicht dafür sein, dass alles durch Macht geile Diktatorinnen verdorben wird Oder Ich glaube an einen Gott Ein Elternteil, dem keine Grenzen gesetzt sind Unsere Umgebung ist eine göttliche Schöpfung Und so sollten wir sie auch behandeln Die Konfi-Stunden sollten euch darauf vorbereiten Dass ihr euch heute Selbstständig Zu Gott Und zum christlichen Glauben Bekennen könnt Dieses Bekenntnis markiert insofern einen Übergang Weil ihr nun religionsmündig seid Damit dürft ihr Bei Kirchenwahlen Mit Abstimmen Selbstständig am Abendmahl teilnehmen Wobei das dürft ihr ja In unserer Gemeinde schon länger Ihr dürft ein Patenamt übernehmen Das heißt aber vor allem auch Ihr seid nun selbst für euren Glauben verantwortlich Ihr seid dafür verantwortlich Diesen Glauben zu leben Und zu pflegen Ob ihr euch dafür gut vorbereitet fühlt? Ich glaube, die Israeliten fühlten sich nicht gut vorbereitet Sie wussten ja nicht, was auf sie zukommt Kannten das neue Land und seine Gegebenheiten nicht Natürlich hatten sie diese Erinnerungen im Gepäck Ihre Erfahrungen mit Gott Sie hatten die Worte Moses im Gepäck Aber wenn man ein bisschen weiter schaut In der Geschichte ist zu lesen Dass das mit den Israeliten und ihrem Gott Mal besser und mal schlechter funktioniert hat Es gab Zeiten, in denen sie sich ganz eng mit Gott verbunden fühlten Sein Wort, seine Gebote und Weisungen Nah an sich ran ließen Und sich danach richteten Es gab aber eben auch Zeiten, in denen sie dachten Sie kämen besser ohne diesen Gott zurecht Und könnten sich ganz gut auf sich selbst verlassen Das Entscheidende aber war Gott hat immer seine, ihre, Arme weit offen gehalten So oft sich die Israeliten von Gott abwandten Und dann doch wieder zu ihm zurückfanden Hat Gott sie willkommen geheißen Und seine Zusagen erneuert Auch in den Zeiten, in denen die Israeliten Nichts von ihrem Gott wissen wollten War er nah bei ihnen Und der Satz aus Moses Rede Behielt seine Gültigkeit Gottes Wort ist ganz nah bei dir Eure Konfirmation Ich sagte es schon Markiert einen Übergang Es wird in eurer Lebensgeschichte Und in der Geschichte eurer Eltern und Paten Ein Davor und ein Nach der Konfirmation geben Und eure Eltern werden feststellen Haben vielleicht auch schon mit älteren Geschwistern Diese Erfahrung gemacht Dass jetzt, wo ihr gleich konfirmiert sein werdet Ihr noch schneller wachst Und selbstständig werdet Und selbstständig eure Entscheidungen trefft Wohin euch euer Lebensweg einmal führen wird Ist vermutlich noch nicht absehbar Neues wird beginnen Spätestens, wenn ihr mit der Schule fertig seid Und auch danach immer wieder Und immer wieder wird es solche Übergänge geben Zeiten, in denen nicht klar ist, wie es weitergeht Zeiten, in denen das Leben so ein bisschen unsicher wird Bleiben aber wird Gottes Zusage Nah bei dir zu sein Wie er oder sie nah bei dir ist Das werdet ihr erleben Das werdet ihr erleben, wenn ihr wach und offen bleibt für Gott Wenn ihr euren Glauben in der Gemeinschaft anderer Christenmenschen pflegt Und wenn ihr nicht aufhört, nach Gott zu fragen Ihr seid getauft, beziehungsweise werdet es Und damit gehört ihr zu Gott und Gott zu euch Und das bekräftigt Gott heute Ihr werdet gesegnet Und dieser Segen hat Bestand In Wüstenzeiten ebenso Wie in Zeiten, in denen ihr euch wie im gelobten Land fühlt Der Segen bleibt Und damit bleibt Gott Ganz nah bei dir Ein Leben lang Amen Es ist das, was wir verstehen Bewahre uns Herz, Leib und Verstand In Jesus Christus Amen Du siehst mich Du siehst mich Wo ich steh, wo ich geh, wo immer ich bin Auch wenn mein Blick nur suchen kann Bist du, bist du, bist du, bist du mein Gott Du siehst mich Wo ich steh, wo ich geh, wo immer ich bin Auch wenn mein Blick nur suchen kann Auch wenn mein Blick nur suchen kann Bist du, bist du, bist du, bist du mein Gott Du siehst mich Wo ich steh, wo ich geh, wo immer ich bin Auch wenn mein Blick nur suchen kann Bist du, bist du, bist du, bist du mein Gott Bist du, bist du, bist du mein Gott Und wenn mein Blick nur suchen kann Bist du, bist du, bist du mein Gott Wir feiern in diesem Gottesdienst Die Taufe von Oliver Rosin Wir tun das, weil Jesus den Auftrag zu taufen gegeben hat Im Matthäus-Evangelium lesen wir davon Jesus sagte Gott hat mir alle Macht gegeben Im Himmel und auf der Erde Geht nun hin zu allen Völkern Und ladet die Menschen ein Meine Jünger und Jüngerinnen zu werden Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes Und des Heiligen Geistes Und lehrt sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe Seid gewiss, ich bin immer bei euch Jeden Tag bis zum Ende der Welt Wer sich taufen lässt, bekennt sich zu dem Dreieinigen Gott Durch Jesus Christus sind wir von allen Mächten befreit Und in die Gemeinschaft mit Gott berufen Ihr, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden Seid getauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes Und des Heiligen Geistes In der Konfirmandenzeit haben wir gemeinsam gefragt Was es bedeutet, an Gott zu glauben Sich an Jesus zu orientieren Und dem Heiligen Geist zu vertrauen So lasst uns nun tun Was eure Eltern und Paten bei eurer Taufe getan haben Und gemeinsam mit Oliver und mit der ganzen Gemeinde Unseren Glauben bekennen Ich glaube an Gott, den Vater Den Allmächtigen Den Schöpfer des Himmels und der Erde Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Empfangen durch den Heiligen Geist Geboren von der Jungfrau Maria Gelitten unter Pontius Pilatus Gekreuzigt, gestorben und begraben Hinabgestiegen in das Reich des Todes Am dritten Tage auf Erstanden von den Toten Aufgefahren in den Himmel Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten Ich glaube an den Heiligen Geist Die heilige christliche Kirche Gemeinschaft der Heiligen Vergebung der Sünden Auf Erstehung der Toten Und das ewige Leben Amen Und das ewige Leben Wir sehen das Wasser der Taufe und erinnern uns, dass auch wir getauft sind. Wasser macht sauber, Wasser löscht den Durst, es erfrischt und bringt Leben und Wachsen. In Gott haben wir den, der unsere Schuld abwäscht, unseren Durst nach Leben stillt und das Leben neu macht. In Gott haben wir die, die unser Vertrauen und Hoffen wachsen lässt. Oliver, du hast gemeinsam mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden und mit der Gemeinde das Glaubensbekenntnis gesprochen. Und nun frage ich dich, willst du getauft werden? Dann tritt an den Taufstein und empfang die Taufe. Oliver, Franz, Jürgen, Rosin, ich taufe dich im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich zeichne dich mit dem Kreuz. Du gehörst zu Jesus Christus. Und wir zünden jetzt für Oliver eine Taufkerze an. Die Taufkerze erinnert daran, dass Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Emily, kannst du das bitte noch mal machen? Die Taufkerze ist leider wieder ausgegangen. Jetzt. Sehr schön. Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, gemeinsam haben wir unseren Glauben bekannt. Und nun frage ich euch, wollt ihr in diesem Glauben bleiben und wachsen? Wollt ihr als evangelische Christen und Christinnen in der Gemeinde bleiben und so Verantwortung übernehmen für unser Zusammenleben? Dann antwortet bitte gemeinsam, ja, mit Gottes Hilfe. Liebe Eltern und Paten, liebe Gemeinde, wer im Glauben bleiben und in der Gemeinde leben will, braucht den Beistand des Heiligen Geistes. Und deshalb bitten wir nun für uns und für unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden um Gottes Geist. Und deshalb, wenn wir uns und für unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden um Gottes Geist. Und deshalb, wenn wir uns und für unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden um Gottes Geist. Und deshalb, wenn wir uns und für unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden um Gottes Geist. Und deshalb, wenn wir uns und für unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden um Gottes Geist. Und deshalb, wenn wir uns und für unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden um Gottes Geist. und Pilot, wenn wir uns und für unsere Konfirmanden um Gottes Geist. Und deshalb, wenn wir uns und für unsere Konfirmandinnen und 온 Gott, du hast versprochen, bei uns zu sein. Wir bitten dich, sei jetzt bei uns. Wenn wir diese jungen Menschen segnen. Wir beten gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Was wir gemeinsam erbeten haben, soll nun jedem und jeder von euch zugesprochen werden. Kommt und empfangt den Segen Gottes. Lysander, Jannik und Hardy Lysander, Quintus, Raphael, Alberti Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Janik Wichmann Lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Hardy Koch Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, bestärke dich, alle Zeit auf ihn zu vertrauen und zu hoffen. Er segne und behüte dich in seinem Schutz und Frieden. Amen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, bestärke dich, alle Zeit auf ihn zu vertrauen und zu hoffen. Er segne und behüte dich in seinem Schutz und Frieden. Amen Elke und Johanna Elke Nidka Wandelt als Kinder des Lichts Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Johanna, Sabine Kühne Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, bestärke dich, alle Zeit auf ihn zu vertrauen und zu hoffen. Er segne und behüte dich in seinem Schutz und Frieden. Amen Gustav und Karl Gustav Taut Gustav Taut Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Karl-Jakob Deisinger Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, bestärke dich, alle Zeit auf ihn zu hoffen und zu vertrauen. Er segne und behüte dich in seinem Schutz und Frieden. Amen Sophie und Dora Sophie Kräuter Suche den Frieden und jage ihm nach Dora, Charlotte Hinke Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, bestärke dich, alle Zeit auf ihn zu vertrauen und zu hoffen. Er segne und behüte dich in seinem Schutz und Frieden. Amen Clara, Emma und Ida Ida, sehr flingend. Denn der Herr, dein Gott, wird selber mit dir ziehen und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Emma, Helene, Hinke Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Clara, Maria, Eichhorn Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, bestärke dich, alle Zeit auf ihn zu vertrauen und zu hoffen. Er segne und behüte dich in seinem Schutz und Frieden. Amen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, bestärke dich, alle Zeit auf ihn zu hoffen und zu vertrauen. Er segne und behüte dich in seinem Schutz und Frieden. Amen Moritz und Arthur Moritz, Emil Jopp Der Herr, der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn traut mein Herz und mir ist geholfen. Arthur, Andreas, Stach Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern besiege das Böse durch das Gute. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, bestärke dich, alle Zeit auf ihn zu vertrauen und zu hoffen. Er segne und behüte dich in seinem Schutz und Frieden. Amen Mia und Judith Judith, Carmen, ehrlich, auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht. Mia, Martina, Mühl, fürchte dich nicht, glaube nur. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, bestärke dich, alle Zeit auf ihn zu vertrauen und zu hoffen. Er segne und behüte dich in seinem Schutz und Frieden. Amen Und Franz und Oliver Franz-Nikolas Riechert Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Oliver Oliver, Franz, Jürgen, Rosin Gott spricht, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, bestärke dich, alle Zeit auf ihn zu vertrauen und zu hoffen. Er segne und behüte dich in seinem Schutz und Frieden. Amen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, bestärke dich, alle Zeit auf ihn zu vertrauen und zu hoffen. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, bestärke dich, alle Zeit auf ihn zu vertrauen und zu hoffen. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, bestärke dich, alle Zeit auf ihn zu vertrauen und zu hoffen. Guter望 God, Vater, Sohn und Heiliger Geist, bestärke dich, alle Zeit auf ihn zu vertrauen und zu hoffen. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, best RBZ Untertitelung des ZDF, 2020 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 Liebe Eltern und Paten und alle, die unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden zur Seite stehen. Sie haben bis hierher ihre Kinder begleitet. Das war verbunden mit viel Freude an und mit den Kindern. Das war auch verbunden mit Sorgen, mit Mühe, mit in den Arm nehmen und gehen lassen. Immer öfter werden ihre Kinder nun ihre eigenen Wege suchen und finden und selbstständig ihr Leben gestalten. Wenn Kinder ihre eigenen Wege suchen und finden, dann brauchen auch die, die sie begleiten, den Segen Gottes. Und den möchte ich Ihnen, den Eltern und Paten jetzt zusprechen und ich bitte sie dazu aufzustehen. Gott segne die Liebe, die ihr euren Kindern gegeben habt und gebt. Gott wandle in Segen, was ihr an ihnen versäumt habt. Gott stärke euch, wenn ihr Halt gebt und Freiheit. So segne euch Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Danke dir. Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, ihr seid jetzt gar keine Konfirmandinnen und Konfirmanden mehr. Ihr seid Konfirmierte. Es ist für mich eine große Freude und eine Ehre, dass ich als Erster vor euch treten kann und euch beglückwünschen kann und willkommen heißen darf. Ihr seid Konfirmierte. Ihr habt als mündige Christen eure Zugehörigkeit zu Christus bekannt und erneuert. Mein Name ist Ralf Hunger. Ich bin Mitglied des Ortsausschusses der Bethlehem-Gemeinde. Ich habe die Freude und ich habe die Ehre, euch als neue, erneuerte, erwachsene, religionsmündige Mitglieder in unserer Gemeinde begrüßen zu dürfen. Ich begrüße euch im Namen des Ortsausschusses der Bethlehem-Gemeinde, des Ortsausschusses der Peterskirch-Gemeinde und ich begrüße euch im Namen der Kirchgemeinde im Leipziger Süden. Ich beneide euch. Ich beneide euch um euren Konfirmationssprüche. Ich war bis 2017 Katholik. Ich bin seit fünf Jahren Protestant. Ich bin vor gut 40 Jahren gefirmt worden, katholisch. Ich habe keinen Konfirmationsspruch bekommen. Ich habe keinen. Der Konfirmationsspruch ist ein Wort aus der Bibel, eine Zusage, eine Bekräftigung, ein Appell, ein Wort der Poesie, das einen ein Leben lang begleiten kann. Ein Wort, das einen ermuntert, das einen bekräftigt, das einen befähigt. Ja, vielleicht gelingt sogar, dass einen das Wort tragen kann in den schwierigen Momenten des Lebens. Es ist ein Wort, das einen in den leichten und einfachen Momenten des Lebens in den Sinn kommen mag. Und das Wort, das einem helfen kann, die Segnungen des Lebens, die wir erfahren dürfen, als solche bewusst wahrzunehmen und dafür dankbar zu werden. Das alles könnte ein Konfirmationsspruch vielleicht sein. Bitte merkt ihn euch gut. Und wäre es nicht schön, wenn euch euer Konfirmationsspruch, wenn ihr ihn ein Leben lang in eurem Herzen tragen könntet und er ein treuer Begleiter durch das ganze Leben werden könnte? Ich wünsche euch dabei viel Erfolg. Ich stehe vor euch als Vertreter der Gemeinde, der Kirche, Vertreter der Institution. Eine Gemeinde ist eine Organisation, die organisiert, die hat organisiert, dass hier bestuhlt ist, dass wir Musik haben, dass wir Technik haben, dass es Liedblätter gibt, dass es einen Plan gibt. Die Gemeinde organisiert alle Gottesdienste. Die Gemeinde verwaltet die Gebäude, verwaltet die Gelder, die sie von ihren Mitgliedern bekommt. Die Gemeinde beschäftigt Pfarrerinnen und Pfarrer, Gemeindepädagoginnen, Gemeindepädagogen, Kantore und Kantorinnen und 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 die Gemeinde macht Gruppenangebote, von denen gleich eines direkt an euch gerichtet werden wird. Ihr seid neue erwachsene Mitglieder der Gemeinde, erneuert Erwachsenen ab heute. Ihr seid herzlich eingeladen, so wie auch vor der Konfirmation, die Angebote, die Gottesdienste, die Gruppen anzunehmen und mitzumachen. Ihr dürft die Ortsvorsteher, die Mitglieder der Ortsausschüsse und des Kirchvorstands wählen. Ihr dürft ein Patenamt übernehmen und als Taufparte fungieren. Und natürlich seid ihr herzlich eingeladen, all unsere Angebote wahrzunehmen und mitzumachen. Ja, ihr seid auch eingeladen, euch in die Gestaltung des Gemeindelebens einzubringen. Heute oder morgen oder übermorgen oder wenn es euch passt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr unsere Gemeinde für euch eine Heimat bleiben könnte oder eine Heimat werden könnte. Und das heute oder auch morgen oder übermorgen oder wenn es gut für euch ist. Ich will euch versprechen, dass ihr, dass ihr immer willkommen sein wird. Heute ist ein schöner Tag. Heute ist ein sehr guter Tag zum Feiern. Heute ist euer Feiertag. Bitte lasst euch im Kreise eure Lieben feiern. Letztes Mal von mir herzlich willkommen. Habt ein gutes Leben und denkt an euren Konfirmationsspruch. Ja, liebe Konfirmierte, ich lade euch jetzt ein quasi in Personalunion für den Jugendchor und für die junge Gemeinde. Denn ich soll euch zunächst erst einmal einen herzlichen Gruß von unserer Kinder- und Jugendkantorin Ulrike Pippel ausrichten. Ihr habt sie ja zu eurem Vorstellungsgottesdienst kennengelernt. Und Ulrike Pippel lädt euch alle herzlich ein, beim Jugendchor mitzumachen. Der Jugendchor trifft sich immer mittwochs in der Bethlehem-Gemeinde, 18 Uhr. Und ja, junge Leute werden da immer gesucht und vielleicht habt ihr ja Lust und das ist was für euch. Der Jugendchor und die junge Gemeinde. Nun, ihr seid herzlich eingeladen, dass es ja für euch mittwochs weitergeht. Die junge Gemeinde, ihr seid schon mal unten im Jugendkeller gewesen. Die Einladung haben wir euch schon ausgesprochen. Jetzt gibt es die auch noch mal schriftlich. Da stehen so Sachen drauf, wie dass wir uns am Mittwoch, dem 18. Mai als erstes treffen und mit einem Willkommensfest beginnen. Danach wollen wir uns an den anderen Mittwochen unsere Sommertour, unsere Sommerfreizeit planen. Ihr wisst ja, wir fahren zusammen an die Ostsee und es wäre schön, wenn da viele von euch mit dabei sind. Also, herzliche Einladung zur jungen Gemeinde immer mittwochs 19 Uhr 30 im Jugendkeller. Da kann man vorneweg auch noch beim Jugendchor gewesen sein. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das schafft man mittwochs 19 Uhr 30 ab 18. Mai. Herzlich willkommen. Ja, auch ich möchte euch noch mal herzlich zur jungen Gemeinde einladen. Natürlich gibt es noch wesentlich mehr, was wir mit euch in der jungen Gemeinde vorhaben. Natürlich wollen wir über die Gott und die Welt reden. Natürlich Grillabende, Kinobesuche, vielleicht auch mal in die Skifreizeit im Winter, wenn es wieder da ist, wenn es wieder losgeht. Aber natürlich noch viele andere Sachen mehr, wie zum Beispiel auch Kochtuell oder einfach nur im Filmabend unten im Jugendkeller die ganze Nacht mit Übernachtung in der Kirche. Herzliche Einladung dazu. Herzliche Einladung. 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 Wird sich die Menschen freuen, weil alles gut und gut. Die Tür sich mag jetzt schwingen, mit Lust am Brüderwein. Die Früge mit anderen Sinnen, die Jungen Gott mir freut. Wird diese Gnome und Ehre, wir sind schön Gnome und Ehre. Die Blüten und der Erde, dass sie der Schleswig sein. Es steht in allen Händen, ein Haukort für die Sprache. Wird diese Gnome und Ehre, wir sind schön Gnome und Ehre. Wird diese Gnome und Ehre, wir sind schön Gnome und Ehre, wir sind schön Gnome und Ehre, wir sind schön Gnome und Ehre. Wird diese Gnome und Ehre. Wird diese Gnome und Ehre, wir sind schön Gnome und Ehre. Wird diese Gnome und Ehre, wir sind schön Gnome und Ehre. Wird diese Gnome und Ehre, wir sind schön Gnome und Ehre. Wird diese Gnome und Ehre, wir sind schön Gnome und Ehre. Wird diese Gnome und Ehre, wir sind schön Gnome und Ehre. Lasst uns noch einmal beten und für bitte halten. Für die Gnome und Ehre, wir sind schön Gnome und Ehre, wir sind schön Gnome und Ehre, wir sind schön Gnome und Ehre. Für die Gnome und Ehre, wir sind quindi Gnome und Ebene. Für unsere Welt bitten wir dich, für unsere Stadt und unser Land, für unsere Kirche und unsere Gemeinde. Für jeden und jede von uns bitten wir dich. Was wären wir ohne dich, du unser Gott, der du dich unserer Bitten annimmst und sagst, ich bin ganz nah bei dir. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Amen. 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 So geht im Frieden und mit dem Segen unseres Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten ihr Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. 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 Musik 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 Musik